Aber ich glaube, das wird ein bisschen interessanter. Einsam durch Streaming. Ich kann dazu jetzt erstmal noch gar nichts sagen, weil ich weiß gerade noch gar nicht, inwiefern es darum geht mit Freunden oder so. Aber Papa Platte hat hier auf einen reagiert, wirklich, der gesagt hat, ja, er hat so ein bisschen Connections verloren zu Freunden und so. Und Papa Platte sagt jetzt selber was von sich aus dazu. Mich würde es interessieren, wie es da so abgeht, weil man weiß ja manchmal nicht, äh, ja, sieht es bei dem genauso aus, es ist nicht so. Aber ich finde es persönlich immer ziemlich interessant, so ein Spaß. Also für mich ist jemand, naja, gut, das ist auch dumm zu sagen, aber, also ich würde diese Opfer, die man machen musste, immer, um hierher zu kommen, würde ich immer wieder machen. Ich liebe es und das ist das, was ich mir immer erträumt habe, hier zu sein. Alex, Bruder, grüß dich. Um noch weiter irgendwo nach oben zu gehen. Jetzt nicht moneytechnisch, es geht wirklich nicht um das moneyding. Klar ist money nice und ne, bla bla und so investieren und dass man dann safe ist und sich nicht Sorgen machen muss und so. Money ist dope, aber nicht wegen dem moneyding. Einfach so, es geht auch um sich selbst was zu beweisen, weißt du. Und, äh. Das, was er sagt, er würde halt auf jeden Fall Opfer bringen, um halt zu streamen. Oder würde es halt immer weiter so machen. Ich kann ihn irgendwo, ich kann ihn fühlen. Aber, ich denke, er würde anders drüber denken, wenn er wirklich kein Geld damit verdienen würde. Safe. Wenn er jetzt kein Geld damit verdienen würde, hätte er nicht so die krasse Motivation, wie das, was halt jetzt bei ihm ist. Dementsprechend kann ich nur bedingt zustimmen, beziehungsweise ihn dann nachfühlen. Weil, würde er jetzt damit kein Geld verdienen und es wäre wirklich nur ein Hobby, würde er nie und nimmer genau das sagen, was er gerade gesagt hat. Mit, ich würde genau auch wieder so, ich würde auch, was weiß ich, Freunde hinter mir lassen oder so, um halt zu streamen. Weil Stream an sich ist eine geile Sache, aber auch irgendwo Geld damit zu verdienen. Also hier, ich meine, er macht das ja hauptberuflich, weil das, das gibt halt nochmal diese große Motivation. Und dadurch hast du halt noch mehr, noch mehr Freude und so, ne. Deswegen kann ich nur bedingt nachvollziehen, sag ich mal. Mal sage, das sehen halt Leute nicht so. Man wirft halt alles weg dafür. Also, man trifft sich mit Homies nicht am Wochenende. Ich meine jetzt gerade, man kann mal eine Ausnahme machen. Das würde schon irgendwie gehen, aber ich stream lieber am Wochenende, jeweils, sag ich mal, als Beispiel jetzt zwölf Stunden oder so, anstatt mich dann am Abend noch auf Krampf mit Homies treffen. Aber vielleicht bekommst du ja da. Weil es mir wichtig ist, viel zu streamen, um weit zu kommen. Oder in der Woche geht gar nichts. Ich habe eigentlich nie Zeit, weil immer wenn ich die Eil habe, sind andere Leute, die Arbeiten oder in der Uni. Und wenn die Zeit haben, bin ich am streamen, weil es macht keinen Sinn, um, weiß ich nicht, sieben Uhr morgens in der Woche zu streamen. Aber Bruder, fühle ich definitiv, was er jetzt hier sagt. Ich persönlich muss derzeit auch sagen, streamen. Also auch erst seit, seit ein paar Monaten. Würde ich sagen, ich würde es auch, äh, das ist ein absoluter Traum. Und mittlerweile muss ich sagen, so ist meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Real Talk. Aber ich muss trotzdem sagen, so mit Freunden treffen ist es trotzdem absolut wichtig. Ich würde es ja so gleichsetzen. So, ich finde Streams ist, ist, ist zu geil. Feiere ich zu sehr. Macht mir momentan so viel Spaß. Wirklich, ich kann da, ich kann da wirklich rund um die Uhr, kann ich da übelst Laune haben. Aber auch Freunde ist ganz wichtig, Leute. Freunde ist auch ganz, ganz wichtig, dementsprechend. Ey, eine ganz wilde Sache. Ja gut, also ich kann ihn schon verstehen so, dass er das noch da vorstellen würde, weil er lebt ja auch davon. Ach, keine Ahnung, auch Freunde, ich meine, soziales Umfeld. Was wärst du ohne Freunde? So, das ist eigentlich auch, dann ist es auch Mist. Keine Ahnung. Äh, also du streamst irgendwie für, weiß ich nicht, irgendwelche Knechte, die irgendwie arbeitslos sind oder so. I don't know. Björn Juli, guten Tag. Aber, ja, ich fühl, was er sagt. Also, ich war auch gestern in Nojo, gestern sind wir so in der Stadt rumgelaufen und ich meine so, es klingt so low, wenn man das sagt, aber, Digga, ich brauch einfach mehr Homies. So, ich fand's richtig wack, dass wir, wir waren halt, also, ich hab halt so drei Homies in Berlin, die ich anschreibe, lass was machen. So, das ist halt so, Sola, Niklas und Fabian und das war's. So, und ich, ich lieb die Jungs so, aber, die können halt nicht immer, wisst ihr, wie ich meine? Ich hätte gerne irgendwie zehn mehr Freunde oder so, die, und dann hat immer irgendwie einer oder zwei Zeit, so, wisst ihr, wie ich meine? Weißt du, aber das, das ist halt jetzt schwierig, muss ich ehrlich gesagt zugeben, wenn du jetzt sehr, sehr viele Freunde hast, wirklich, du bist die ganze Zeit, ähm, fragen, äh, oder wirst du halt gefragt, so, kommst du damit, kommst du damit, ist ne geile Sache, aber weißt du, dann leidet wieder das Stream darunter, ne? Also, ist dann auch wieder schwierig. Ich seh's auch bei mir, ähm, mittlerweile, ja gut, im Einfreundeskreis, da mach ich grad gar nicht so viel, dass wir doch nicht mehr so viel reingeschrieben sind, und der Gruppe, äh, oder in die Gruppe, meine Freundin kennt ja nicht mehr den Freundeskreis. Ja, den einen Freundeskreis, den kennst du nicht mal mehr. Keine Ahnung, mit denen hab ich eigentlich sonst auch immer extrem viel gemacht, aber es wurde dann auch einfach ein bisschen zu viel. So, ich hab, äh, ein paar Freunde, oder eine Handvoll Freunde, wo ich sag, so, geh ich immer hin, es macht immer Spaß, es bockt halt jedes Mal, kannst du immer schnacken und, ähm, es ist einfach sehr entspannt. Dann hab ich noch einen Kumpel, Empty, zu wild, wirklich, aber, ich meine, den muss ich auch eigentlich öfter sehen. So, ist ganz wichtig, wir haben schon gesagt, so, nächste Woche, äh, am Wochenende machen wir uns auf jeden Fall mal was aus. Ist eine wichtige Sache, wirklich, also, mit dem bockt's halt auch jedes Mal. Ja, aber sonst hab ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viele Freunde, dass ich sagen kann, ja, immer, jederzeit, ähm, ja, was unternehmen. Aber ich hab auch selber gar nicht die Zeit dafür. Ich brauch die Zeit einfach einmal mit Freundinnen, ich brauch für Stream die Zeit, dann auch nochmal Freunde, weißt du, dann, ihr wisst schon, so, was halt alles noch so ansteht, sei es Fußball, sei es Schule, dann muss ich noch Facharbeit schreiben, so ein Spaß, ne, deswegen, es ist so viel, was da dazukommt. Äh, es ist schwierig, Leute, es ist also schwierig. Ich meine, das wär so sick, holy shit. Aber, so dumm wie das klingt, ich hab keine Ahnung wie, wie ich neue Homies kennenlerne, die cool sind. Weil, das ist halt so, einfach hingehen, einfach mal fragen, einfach mal fragen, ob sie Papa Platte kennen und so, und einfach damit angeben. Viele Freunde sind nicht wichtig, gute Freunde, vor allem richtige sind wichtiger, Tobias, definitiv, safe. Wenn du viele Freunde hast, die aber nicht richtig sind, stehst du dann irgendwann mal alleine da. Oder es sind halt irgendwelche Spasten, die dich die ganze Zeit ausnutzen wollen. Das klingt voll dumm, aber man ist, man, also man geht ganz anders ran an so dieses Homie-Ding, weil man oft auch das Gefühl bekommt von den Leuten, dass die Leute halt dich gerade nur cool finden, weil sie wissen, was du online machst. Oh ja. Und dann denkt man sich so, na, I don't know, okay, dann. Oh ja, okay. Gerade mit seiner Reichweite, ich meine, guck mal, der hat auf Twitch, wie viele Follower hat er? Über 400.000 auf YouTube mit seinem Domo und seinem Hauptkanal auch nochmal knapp 400.000. Ist schon krass. Der hat viel Reichweite. Viele kennen ihn, gerade so im Berliner Gegend dann wahrscheinlich. Wobei gerade Berlin, da gibt es auch viele Leute, die ihn wahrscheinlich dann auch nicht kennen werden. Keine Ahnung, aber dann denkst du halt, yo, also das ist halt wirklich unabkommen zu klingen. Dann denkt er wahrscheinlich so, yo, der will jetzt vielleicht einfach nur mit mir befreundet sein, um dann später vielleicht gepusht zu werden oder so oder um einfach mal mit dem Coolen abzuhängen. Jeder Mensch hat nur eine Handvoll Freunde, der Rest sind Kumpel oder Bekannte. Ja, 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 ja. Also manche, die haben halt wirklich die, ich kenne zum Beispiel eine, die ist gefühlt in jedem Freundeskreis und der togelt dort die ganze Zeit rum, aber der hat jetzt nicht so die eine krasse Freundin, sondern halt, die ist halt in vielen Freundeskreisen unterwegs und das finde ich halt irgendwie ein bisschen wack. So, man braucht eigentlich immer jemanden, wo man immer hingehen kann und das ist immer korrekt. Weißt du? Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben und nicht irgendwelche Kecks. Oh ja, Basti, ob wir es auch, aber mit Basti, Basti ist auch sehr, sehr viel am Grinden und Basti hat auch nicht so viel Zeit und Basti ist auch jetzt nicht unbedingt jemand, der jetzt so feiern gehen würde oder so. Also Basti liebe ich auch über alles, Alter, nur Homo, aber der beste Mann, Digga, no joke. Aber ich meine jetzt halt auch so zum, so Basti ist halt einfach nicht der Geil, mit dem man mal jetzt in eine Bar gehen würde oder so, wisst du, ich meine, was nicht schlimm ist, jeder. Boah, übelst lame, man. Alter, Basti wirklich, einfach nur dafür Basti in Folgen, einfach nur Basti in Folgen, weil er einfach nicht im Real Life in die Bar geht, das ist halt schwer. Wie er Bock hat. I don't know, also auf jeden, du musst, ich wünsche dir noch eine gute Nacht, schön, dass du da warst. Striche machen. Und richte bitte Baba Gnadenlos und schön Gruß aus. Um weiterzukommen im Streaming, weil du halt so viel Zeit investieren musst. Ich weiß nicht, ob es bei YouTube auch so ist, weil... Alex, real talk? ...kann das Streaming nicht irgendwie sagen, hey, okay, ich gebe jetzt den Schnitt an, an einen Cutter ab oder so. Ich kann nicht mein Stream an eine Cutter abgeben oder, weißt du, oder ein Domo. Also man muss vor Ort sein halt und die Leute können dich nur neu finden und können dich nur followen, wenn du online bist. Also musst du immer online sein. Was nice ist, ich liebe das, darum geht es gar nicht, aber ich fühle, was er da sagt. 100% Ich schwöre, es ist halt auch immer so schwierig, Leute. Ich schwöre, es ist mega, mega schwierig, den Grad zu finden zwischen Streaming oder sich mit Freunden treffen. Derzeit ist bei mir wirklich übelst schwierig, dass man Zeit findet für Freunde, weil das Problem ist halt einfach, wenn du beim Streaming, ich merke es ja jetzt derzeit, wenn ich gerade mega aktiv streame, immer hintereinander streame, Leute, wir haben jetzt mittlerweile im Durchschnitt so knapp 60 Zuschauer. Das ist wild. Und Sato hätte mir jetzt wahrscheinlich kein Follower reingedrückt, hätte ich jetzt nicht dauerhaft immer gestreamt. Also danke dafür, Bruder. Weißt du, also durch dieses aktive Streaming bekommt man einfach durchschnittlich auch einfach mehr Zuschauer, mehr Reichweite, mehr Follower kommen rein und es ist einfach eine geile Sache. Und wenn du dann irgendwann mal auch nur für ein paar Tage einfach das Stream weglässt und streamst danach weiter, hast du einfach direkt wieder zehn Zuschauer weniger. Es ist eine schwierige Sache, deswegen versuche ich einfach durchzuziehen auf jeden Fall. Aber trotzdem, manchmal an Wochenenden, wie zum Beispiel, es gibt ein Wochenende in dem Jahr, das ist im Januar, es ist um den 19. und 20. Januar, da bin ich das Wochenende einfach nicht da. Also ich kann Samstag definitiv nicht streamen. Und das, ey, das wurmt mich jetzt schon, weil ich brauche meine, ich brauche die Streams. Ich brauche die. Also immer, wenn ich bei der Freundin bin, denke ich mir so, okay, fuck. Zum einen natürlich geil, ja, auch bei der Freundin, mir macht das Spaß, bei der Freundin zu sein. Aber zum anderen denkt man sich so, jetzt kann ich nicht streamen und so, jetzt ist es halt nicht mehr so aktiv. Weißt du? Das ist immer so ein schmaler Grad, deswegen ist es für mich wichtig, dass wir oft halt bei mir zu Hause sind, dass ich hier einen Stream anwerfen kann. Ich meine, klar, man kann auch sich dadurch halt so ein bisschen was finanzieren, das ist keine Frage. Also Geld ist trotzdem krass am Start teilweise, zumindest bei manchen. Also es gibt einen Julian, der heftig ist, Alex, der heftig ist. Es gibt so viele Leute, die mich so supporten. Patrick und die sind die Tester und sowas. Und man kann sich halt dadurch auch ein bisschen was finanzieren, deswegen ist es halt eine geile Sache, auch gerade was Wohnungen angeht. Ich finde Streamen einfach der Zeit wirklich mega wichtig. Also ich fühle mich auch manchmal so, wenn ich mit Leuten rede, als hätte ich die Fähigkeit... Hörst du auf, auf YouTube zu streamen, kann ich dir jetzt sagen, keine Ahnung, also fühle ich absolut nicht mehr. YouTube Streams fühle ich gar nicht mehr. Jetzt, wo ich eine Zeit lang auf Twitch war, muss ich sagen, Twitch ist einfach das beste Leben. Und ich werde definitiv Twitch immer weitermachen und YouTube. Ist mir eigentlich relativ wurscht, ob ich das streame oder nicht. Also wirklich, ich liebe meine Kanalmitglieder, die mich da immer noch supporten, das ist Wahnsinn. Da gibt es wirklich noch viele, die trotzdem am Start sind. Auch heute hat wieder einer eine Kanalmitgliedschaft verlängert, das ist wild, weißt du. Fühle ich brutal. Aber es tut mir natürlich auch irgendwo leid, weil ich stream gerade derzeit einfach nicht oft auf YouTube. Aber man muss einfach sagen, wenn man hier auch auf Twitch geht, man sieht den Chat, dann sieht man eigentlich nur Leute, die sich ordentlich verhalten. Der ganze Chat ist familiär. Jeder kennt mittlerweile mich und meine ganzen Sachen. Ich kenne mittlerweile gefühlt jeden hier und noch Freundin davon. Es ist einfach viel, viel geiler. Es ist wirklich bei weitem nicht dasselbe Feeling. So, du kannst es jetzt noch nicht fühlen. Ich habe das damals auch nicht gefühlt. Als ich auf YouTube gestreamt habe, habe ich mir so gedacht, ah, Twitch, so keine Ahnung. Dann habe ich auf Twitch mit Gaming-Streams angefangen, weil ich mir so dachte, ja, so, auf YouTube Gaming bringen ist ein bisschen rag. Ich mache es mal auf Twitch. Ich probiere einfach mal, wie die Plattform dort ist. So, da hatte ich so 10, 20 Zuschauer. Dann habe ich irgendwann mal auch so normale Streams gemacht und habe ich gemerkt, Alter, weißt du, durch Twitch, da geht es automatisch teilweise bergauf. Es macht ja richtig viel Spaß. Und dann habe ich gemerkt, Twitch ist genau das, was ich immer wollte. So, da kannst du Abos, Twitch Prime Abos zum Beispiel, raushasseln. Das ist übelst nice. Du kannst Abos verschenken, es gibt Bits, es gibt alles Mögliche. Man kann Leute direkt raten, hosten. Der Support ist krass, das ist alles familiärer. Und ich sage dir, wenn du eine längere Zeit auf Twitch bist, wirst du merken, dass Twitch krasser ist als YouTube. Am Anfang habe ich das auch nicht gedacht, aber mittlerweile weiß ich ganz genau, von was ich rede, weil Twitch ist wirklich das Beste. Let's aim. Ist so, Bruder. Ist so. Kein verloren, mit Leuten zu reden. Es klingt so dumm, aber so fühlt sich das manchmal an. Aber ich merke, es geht dann wieder, wenn ich dann zu jetzt wo Henke da... Es tut mir leid, dann versuch hier einfach weiter durchzuziehen, Bruder. Als wir gestern draußen waren und so und ein bisschen gelabert haben, dann merke ich, dann kommt das wieder so. Ich bin an sich schon so ein Typ, der mit Leuten ganz gut kann, denke ich. Aber, aber ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und ich hätte irgendwie, ich meine, ich brauche gar nicht mal so enge Homies, habe ich genug, Digga. Ich brauche jetzt nicht die, also, ich bin nur der Meinung. Ich glaube, er braucht einfach, einfach nur, wie es vorhin geschrieben wurde in den Chat, er braucht einfach Kumpels, mit denen er halt was machen kann. Nicht die Leute, die jetzt hier die krasssten Homies sind, sondern er braucht einfach Kumpels. Aber da kenne ich zum Beispiel auch, ich habe auch einen Freundeskreis, mit dem, das, was ich vorhin gesagt habe, mit denen ich mich gar nicht mehr so oft treffe. Aber so weißt du, ich könnte trotzdem zu denen gehen, es ist alles mega entspannt und wir haben mega viel Spaß zusammen. Weil ich mit manchen trotzdem noch richtig gut bin, aber es ist jetzt nicht so, dass es so eine mega enge Freundschaft ist, sage ich mal. So viele enge Homies sind besser als 10, wo man sich nicht ganz sicher ist. Wißt du, was ich meine? Ja, Knobelobel ist gleich nicht. Aber ich hätte gerne noch so ein paar Leute, die man einfach auf dem Samstagabend anrufen kann, yo, Bruder, was geht? Und die haben immer was, was geht. So, wißt du, was ich meine? So eine Homies. Das wäre sick. So, wo du sagst, yo, Bruder, wir sind hier gerade in Berlin, Kreuzberg, futtern gerade einen Döner. Bra, fühle ich es zu sehr. Aber das meiste, zu oft ist es eigentlich genau andersrum. Die Leute, die fragen immer mich so, hast du Zeit, hast du Zeit, hast du Zeit? Das ist eigentlich manchmal zu wild. Das Problem ist halt, manchmal habe ich echt keine Zeit oder oftmals habe ich echt keine Zeit. Das ist eine ganz schwierige Sache. Nachts, lass mal noch irgendwas machen. Lass mal Club gehen oder so. Oder lass mal, lass mal irgendwie chillen bei dir oder so. Und dann kommen 10 Leute bei dem vorbei und man macht irgendwas Cooles. Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr fühlen, was ich sage? Und vor allem das Ding ist halt so, meine besten Homies sind die, die halt, also guck mal, das Ding ist halt Sola, ja? Sola hat halt genauso fucked up Streaming-Zeiten, wie ich es habe. Das heißt, Sola hat auch kaum Zeit. Dann Fabio, immer am Arbeiten. Wichtig, dass er reinschreibt, ne? Es gibt mir immer noch ein bisschen Kraft. Dann Reece. Reece wohnt halt nicht in Berlin, so. Und Basti ist halt auch immer nur am Hattel. Ah, die fixen die Sachen am Start, man. Und das ist dann halt so schwer, mit denen was zu machen. Und dann hat man auch niemanden, um was zu machen. Aber das ist halt, so hat man sich es halt ausgesucht. Wieso machst du nicht das Wochenende Stream frei, sondern Montag und Donnerstag? Digga, es wäre halt super stupid, am Wochenende frei zu machen. Weil, wenn ich zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, wie viele... Ganz ehrlich, unter der Woche ist Realtalk eigentlich am sinnvollsten zu streamen. Ganz am Anfang dachte ich mir eigentlich auch immer, gerade Samstag, Sonntag, die Leute, die haben doch, die haben doch frei so, die gucken sich doch die Streams da gerade an. Aber eigentlich ist es voll dumm, weil gerade am Samstag oder am Sonntag sind die Leute bei Freunden, da sind die Leute draußen, da gehen die Leute zur Familie und was weiß ich. Weißt du, da gucken die keine Streams an. Unter der Woche ist so der geregelte Ablauf. Du kommst nach Hause, machst deine Schulsachen, danach hast du Zeit und guckst einen Stream. Weil du da nicht mehr weißt, was willst du machen oder so. Oder du hast halt Bock, einfach den zu schauen. Weißt du, da ist es doch viel, viel sinnvoller. Und gerade nach der Arbeit willst du unterhalten werden. Ja, Julian schreibt es gerade. Und das ist halt, am Wochenende, das finde ich nicht so. So, die Leute gucken da vielleicht mal kurz ein Video an, danach gehen die halt mit Freunden raus. Deswegen fühle ich auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich so. Am Anfang dachte ich mir auch so, gerade am Wochenende shoppen doch die meisten Streams oder so. Aber es ist Real Talk nicht so. Es ist immer spannend zu sehen, ja, wie denkt der darüber, was sagt der dazu. Ich weiß nicht, ich feiere das. Also keine Ahnung, wie es bei euch aussieht, aber ich kann mir das echt gut geben, wenn Leute einfach ein bisschen Real Talk einfach reinballern. und so. Und so. Bis zum nächsten Mal.